Am Anfang war das Wort, nicht das geschriebene, sondern das gesprochene Wort. Die gesprochene Sprache ist viel älter als die geschriebene. Ihre Ursprünge gehen in die Steinzeit zurück. Homo sapiens erscheint vor etwa 160.000 Jahren. Seine heutige Anatomie des Gaumens und des Kehlkopfes hat er seit etwa 100.000 Jahren. Sprechen kann er vermutlich erst seit dieser Zeit. Seit etwa 5.000 Jahren kann Homo sapiens auch schreiben. 5.000 Jahre, das klingt wie eine lange Zeit, aber in Relation zu den 995.000 Jahren, die er in Analphabetentum zugebracht hat, ist das doch recht kurz. Die Randständigkeit der Schriftsprache gegenüber der besprochenen Sprache zeigt sich nicht nur menschheitsgeschichtlich, sondern auch in dem Zeitraum, den wir etwas besser überblicken, nämlich in den letzten 1.500 Jahren. Um das Jahr 600 entstand aus westgermanischen Dialekten die deutsche Sprache. Das Deutsche besaß von Anfang an eine Schrift, nämlich die lateinische. Mitgebracht hatten die christlichen Missionare wie Bonifatius, die von den heidnischen germanischen Runen nichts wissen wollten. Die benutzten lateinische Buchstaben, weil Latein die Literatur- und Verkehrssprache des Christentums war. Infolgedessen waren auch die ältesten überlieferten Zeugnisse deutscher Sprache in lateinischen Buchstaben verfasst. Das war im 8. Jahrhundert. Rund 1.000 Jahre lang war Schreiben und Lesen das Privileg einer winzigen Minderheit der Bevölkerung. Die Erfindung des Buchdrucks hat das übrigens nicht grundlegend geändert. Bücher blieben teuer und der allergrößte Teil der Bevölkerung lebte auf dem Lande, wo die Arbeitsweise mehr oder weniger ausschloss, dass viele Menschen ernstlich die Schulbank drückten. Noch um 1800 waren drei Viertel der deutschen Bevölkerung Analphabeten. Das änderte sich grundlegend im 19. Jahrhundert, als technische Erfindungen wie die Rotationspresse erstmals eine Massenproduktion erschwinglicher Druckerzeugnisse erlaubten und gleichzeitig eine Bildungsrevolution Sondergleichen anrollte, in deren Verlauf nach und nach sämtliche deutschen Staaten die Schulpflicht einführten. Schon um 1850 waren zwei Drittel der Bevölkerung alphabetisiert. 1900 waren es mehr als 99 Prozent. Die tatsächliche Ausbreitung der deutschen Schriftsprache ist also eine relativ junge Entwicklung. Bis ins 19. Jahrhundert kannte die Mehrheit der Bevölkerung Sprache nur als gesprochene Sprache. Wenn immer man über Orthographie spricht, sollte man diese Proportion, diesen Primat des Gesprochenen vor dem Geschriebenen, nicht aus den Augen verlieren. Die gesprochene Sprache ist das Original, das genuine Ding, the real McCoy. Die Schriftsprache dagegen lediglich Nebensache, Beiwerk, eine Ableitung, sozusagen aus der Rippe der gesprochenen Sprache geschaffen. Sie aber sieht diese Ableitung aus. Wie funktioniert Schrift eigentlich? Anders als zum Beispiel das Chinesische besitzt das Deutsche ein phonografisches Schreibsystem, eine Buchstabenschrift. Die Grundidee dabei ist, dass jeder Buchstabe einen Sprachlaut repräsentiert und dass umgekehrt jeder Sprachlaut durch einen Buchstaben dargestellt wird. Sprachlaute, da sind wir wieder beim Primat des Gesprochenen vor dem Geschriebenen. Buchstaben sind geschriebene Zeichen. Laute sind etwas, das man sprechen oder hören oder wie hier im Bild als Welle darstellen kann. Das menschliche Mundwerk vermag hunderte verschiedener Sprachlaute hervorzubringen. Die Sprachwissenschaftler notieren Sprachlaute mit speziellen Lautschriftzeichen, den sogenannten Ipad-Zeichen. Die Ipad-Zeichen sind vom lateinischen und griechischen Alphabet inspiriert und stehen immer in eckigen Klammern, damit man sie nicht mit Buchstaben verwechselt. Man findet Ipad-Zeichen zum Beispiel in zweisprachigen Wörterbüchern, aber auch im Aussprachwörterbuch der Dudenreihe. Das Deutsche besitzt etwa 36 verschiedene Sprachlaute, die sehen Sie hier im Bild. Ich sage etwa, weil es mundartliche Varianten gibt und weil manche Laute, die aus anderen Sprachen ins Deutsche eingewandert sind, von den meisten Sprechern heute so selbstverständlich verwendet werden, dass man darüber streiten könnte, ob das wirklich immer noch Ausländer sind. Jetzt die Buchstaben des Deutschen. Wenn man Umlaute und Sz mitzählt, sind das 30 Stück. Weniger also, als es Laute gibt. Das ist ein Problem. Da zeigt das phonografische Schreibsystem ein erstes Gebrechen. Wenn weniger Buchstaben da sind als Laute, müssen Buchstaben eben gleich mehrere Laute repräsentieren. Der Buchstabe H zum Beispiel kann einen Hauchlaut bezeichnen, wie in dem Wort Hut. Ebenso kann man ihn aber als Weichmacher hinter ein P stellen. Dann repräsentiert dieses Pärchen einen F-Laut, wie in Strophe. Das Bilden von festen Buchstabenkombinationen ist ein Trick, mit dem aus den eigentlich zu wenigen Buchstaben mehr gemacht werden könnten. So kann man zum Beispiel H mit SC paaren und gewinnt eine Buchstabenkombo für den Sch-Laut, wie in Asche. Oder man paart H mit C und kann damit den Ach-Laut darstellen. Und praktischerweise den Ich-Laut gleich mit. Zu den Tücken des deutschen Schreibsystems zählt es, dass CH manchmal auch für den harten Laut K, wie in Chrom, steht. Das H ist hier praktisch stumm. Dasselbe gilt für H hinter R oder hinter T, wie hier in dem Wort Thron. Und nicht zu vergessen, dieser Fall hier, auch hinter Vokalbuchstaben ist H stumm. Dasselbe Spiel lässt sich auch mit umgekehrten Vorzeichen treiben. Nehmen wir nur einmal den T laut. Der wird oft als T notiert, wie hier in Rat. Schaurig oft wird er aber auch als Buchstabel D notiert, wie hier in Rat. Falls Sie mir nicht glauben, dass Rat mit einem T-Laut gesprochen wird, schauen Sie mal in den Aussprachduden. Gelegentlich wird er T-Laut als DT notiert, wie hier in Stadt. Oder als TH, wie hier in Äther. Sehr oft wird T, falls direkt ein S-Laut folgt, als Buchstabe Z notiert. Das ist nicht selbstverständlich. Denken Sie nur mal an Wörter wie Rätsel oder Lotse. Das sind Mehrdeutigkeiten über Mehrdeutigkeiten. Unschärfen über Unschärfen. Wie Buchstabenschrift trotz all dieser Widrigkeiten funktionieren kann, möchte ich Ihnen anhand einer Analogie zeigen, an einem Bild eines bedeutenden französischen Malers. Hier zunächst ein Detail. Man erkennt hier nur Farbtupfer. Weiß, Braun Töne, ein paar Blau- und Grüntöne, noch dazu verpixelt. Raten Sie einmal, was hier dargestellt wird. Ich zoome das jetzt weiter aus. Ganz allmählich wird ein Bild daraus. Mit zunehmendem Abstand ergeben die Farbflächen Sinn. Es gibt Kontexthinweise, die Sie berücksichtigen können und die bei der Interpretation der Farbtupfer helfen. Wenn ich jetzt noch einmal auf das ursprüngliche Detail einzoome, entdecken Sie hier möglicherweise sogar Feinheiten und subtile Einzelheiten, die Ihnen anfangs gar nicht aufgefallen waren. Kontexthinweise bilden den Schlüssel auch zum Buchstabenlesen. Hier ein Beispiel. Lesen Sie das einmal laut vor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Um diese Buchstaben richtig zu lesen, muss man die gesamte Nachbarschaft gesehen haben. Erst der Kontext gibt die volle Information. Ein weiterer Schlüssel zum Buchstabenlesen ist unsere schier unerschöpfliche Fähigkeit, in Buchstabenfolgen selbst dann noch Sinn hineinzulesen, wenn dieser Sinn bestenfalls angedeutet wird, so wie Renoir mit ein paar Farbtupfern einen Sonnenschirm andeutet. Buchstaben brauchen gar nicht genau abzubilden, wie das Wort tatsächlich ausgesprochen wird. Wenn man mit einem Wort vertraut ist, brauchen die Buchstaben nur noch eine Andeutung des Klangs zu geben, einen groben Hinweis, einen Farbklecks. Den Rest erledigt das Gehirn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.